20 Stück Das heißt, ich brauche... ...HELFSTONE! 20 Stück Das heißt 60 Klümpchen Nein Doch Ich glaube 60 Ich werde jetzt erstmal nur sammeln Genau so Oh Ich habe eine bessere Chance zu überleben Wenn ich jetzt... Diese geile Pupferhabe Sieht eigentlich aus... Wow, schwebt neben mir rum Cool Wahnsinn Wahnsinnig bescheuert Ich glaube nicht Ich glaube nicht, dass ich mir den Tunnel hier jetzt erstmal... Noch bauen werde oder sowas Ey, warte! Ich komme hier so recht schon gut hier runter Ich überlege es mir später nochmal diesen geraden Tunnel hier runter zu bauen So, hallo Leute Ich brauche etwas von dem Ding hier Von dem lustigen Zeug hier Dafür Dafür sollte ich erstmal sch-sch-sch-schauen Wie ich dieses Drecksviech kaputt mache Dieses Drecksviech Auf die Fresse, Junge! Auf die Fresse! Ich brauche dieses andere Zeug hier Das Rote Dann muss ich mal in die andere Richtung laufen Ey! An die... an die Maul... An die Maul... Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Oh, ich blende auch Dann lass mich schon in Ruhe Und du da eben Ich bin gerade gefragt, warum hängen da so soe Ding entdeckt Warum leuchtet die Lava so lustig darauf? Das ist doch schon mal sowas, oder? War ich hier schon mal drinnen? Wahrscheinlich. Oh Schatz, wir fangen raus. Ich schüpple aber da hinten rüber. Oh, die Fresse! Gib es! Ah, da hab ich ja völlig verletzt. Ey, ich sollte mal da sammeln. Ich sollte mich nicht von diesen Viechern aufhalten. So, warte mal. Ich werde mir jetzt diese... Blut und Halt snacken. Lange hält die. Und dann kann ich diesen ganzen Scheiß hier rausziehen. Solange ich geschützt bin vor der erschissen Narbe. Schnell, schnell, ich muss los. Ganz früh rausziehen. Halt die Fresse. So, warte mal. Ich muss auf Luft achten, oder was? Das ist nur Luft. Back oder so. So, jetzt hochkonzentriert hier ans Werk. Und dann den Scheiß hier rausziehen. Was geht da nochmal runterkommen? Ich will... Rauschen brauchen wir gleich. Aber dann möchte ich jetzt mal in den anderen Dungeon gucken, ob ich da vielleicht einen Schuh finde. Das wäre nämlich sehr praktisch, wenn ich da jetzt endlich diesen Scheiß-Laufschuh finde. Oh, ich mache mir so... Oh Gott. What? What? Noch so einer. Ey, ich kriege ein Vogel. Ah, gut. Wo steht denn meine Zeit? So, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. So lange wie ich hier Schutz habe, baue ich hier natürlich ab. So lange wie ich hier nicht ersaufe. So lange wie ich hier nicht ersaufe, ist hier nur die Merkur, die ich finde. Aber so lange wie ich hier nicht erscheinen müssen, das ist schön komisch. Aber so wollte die Sekunden da stehen, muss ich raus. Langsam mal, ich schließe noch mal Okay, dann ist das los da kann ich nicht riskieren da darf ich nicht so hallo Jetzt muss ich mal runter... Warte, holen, 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 holen. So. Ist es... Ja. Ist es direkt her. Oh, okay. Ich bin so begeistert von dem Ding. Ähm, 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 ähm. 40. So schön. Kann ich mir davon jetzt bauen? Das ist leider spät hier. Fuck. Jetzt habe ich alle vier. Ich stehe das spät gar nicht hier. Verdammt. Warum? Wo ist es denn? Hm. Oh. Wenn ich es denn schon mal habe. Was ist denn? Was kostet der für 50? Ich bin spätzer. Fuck. So, wie mache ich denn dieses Ding inbauen? Blöde Ollo Schwert. Ey, Geid, ich brauche Hilfe. Dämonen, Alter. Okay. Seit fünf Schwertchen. So, jetzt werde ich mir einmal später durchschauen. Ich brauche das Schwertchen. Der 5. und 100. Das Schwert. Das grüne Drastin. Auch so Partikel. Das lustige Nachtschwert hier. Ach, wie süß. Und dieses große Katana. Ich brauche das Schwertchen. Ich brauche das Schwertchen. Keen. Nein, irgendwas. Das ist nicht zu groß. Das ist aber nicht zu schlimm. Und es ist stark. Ich brauche das Schwertchen hier. Ich brauche das Schwertchen hier. Und da noch umnähen mit meiner hohen Klänge hier. So, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Weg damit. Ob ich den jetzt gelassen? Das kann ich auch noch raus tun. So, jetzt gehe ich in den blöden Dungeon ein. Fluch zu. Gut. оч schau mal. Bestes was geht im Moment. Kann sein, dass hier noch R arrestricht. Ah! Hm. Wenn ich noch einen Trätene bin, Test. 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 Ah, drei Schläge ist dahin. Waaat, was willst du, ne? Waaat, was willst du, ne? Da ist mein Teil, Leute. Wo kommt das ausm Himmel? Einmal so'n Seil. Wenn du fahrst, dann kommt da so'n Seil vom Himmel. Wie ist denn die Präsentung? Ich will so hochklettern. Ich kann nicht klettern. Ah, ich hoffe wir sind bald da. Was? Du greifst dich an? Was bist du, ne? Noch so einer von dir? Hm? Ach so. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das tue ich nehm' heute nicht so lange auf. SCHULER. Mache ich Zeit. Ja, ich bin glücklich mit dem scheiß Schmerzchen. Ich hoffe wir sind auch gleich da. Das ist jetzt nicht mehr so lange. Ich weiß nicht, ob die die bei Zufall fallen lassen oder bei bestimmten... Voraussetzungen. Gleich bin ich da. Gleich bin ich da. Hoffentlich. Tralalala. Tralalala. Nicht uner, als dass sich der weggebracht hat. Sind es müde, dass die sich ab und zuhören? Aber der meldet sich nicht. Was ist da los? Leggi, was ist los mit dir? Ja. Wir wollen eigentlich zocken. Heute Nacht, gestern. Mitternacht habe ich mir gesagt, na ja, ich komme mitternacht. Ich habe dann doch noch vierzehn noch durchgeschlagen. Ich habe wieder Samstag und ich habe die ganze Zeit gepennt. Ich muss heute morgen wieder arbeiten. Da war ich halt von siebzehn, äh, von siebzehn, sechzehn, siebzehn Uhr rum, bis um vier Uhr am Pennen. Mach's durchgehen. So, jetzt gehts hier um 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 Oh die Schnauze. Was ist das Zeug da? Oh was willst du tun? Oh die Bungs brauche ich auch noch. Komische Necro-Rüstung oder so was? Die will ich mir aber doch nicht bauen. Achso da ist ein Zwischenboden. Fick dich doch Zwischenboden. Ich bin fast tot. Ey nur wegen du Scheißboden. Lass mich bitte mal da ruhig. Manu Scheiße wie ich da reingetan habe. Was ist mit diesem Bülon kaputt? Richtig? Vielleicht später. Oh die Arme ausgerissen oder was stand da? Ich kann das nicht so gut übersetzen. Ich bin da nicht so da. Oh. Oh der schreit. Soll. Wo sieht denn hier irgendwie Licht? Ah fuck. Ah fuck. Ah fuck. Ah fuck. Ah okay. Mal leuchtet's blau. Das könnte sein. Watt wart. Watt, watt, ich kann nichts da tun. Was ist das? Verflucht. Verflucht, verdammt. Einfluss von dieser blaue Kette da Da hat man halt die Schmerzen geprüht hat Was bin jetzt für das Typ hier? Oh, hier die Flasche eröffnen Oh, das wird lustig Und? Oh, das wird lustig Hallo, Schwachkopf Alter, ist das krass Was ist hier drinnen? Guck mal was Diese scheiß Dacheln da wegmachen, ich komme sonst nicht vorbei Schmerzen 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 inos Schmerzen 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 Alter was?! Boah! Boah! Gott fick dich doch! Mann! von uns die kommen ja nicht vorbei verdammte scheiße Was ist das denn, ehrlich? Was ist das denn, Ernte? Oh, aber wo steht die Kasten? Kann ich nicht mal öffnen, oder? Verdammt! Schüssel hab ich auch nicht wiedergefunden, noch keine Idee. Alter, komm, 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 komm! Komm schon, ich fress ihn.